So, wir sind wieder bei der Windbreaker Happy Funds 3 und wir reden hier von Rinder und Tanten-Namen von King of Hearts. Warum auch immer. We love tangents. And non sequiturs. Und einfach nur scheiße reden. Egal, hey Fisch, erzähl mir mal so eine Insel, das hier ist. Hey, wir sind ja immer noch dabei, die Reputation für das Schlechteste nicht wirklich ganz Let's Play aufrechtzuerhalten, ne? Ja, ich meine, wir haben schon alles. Wir haben schlechte Filmaufnahmen, wir haben schlechte Tonqualität. Das Problem ist, wir haben jetzt mittlerweile bessere Filmaufnahmen. Wahrscheinlich auch bessere Tonqualität. Oh shit. Scheiße. Naja, das soll uns nicht davon stören, weil wir haben Episoden verloren. Das ist... Das macht's wieder mit, ne? Ja. Das kam aus gleich. Halt die Klappe, Fisch. Wo ist die Insel? Mensch, Fisch, warum warst du... Warum warst du so weit weg von der Insel? Was für eine Insel ist du? Speaking of redundant shit. Du wiederholst dich, das ist mir ja nichts nötig. Ein Pet, äh, ein, äh... Probe von Petco. Cat Toy for Cats. No shit. On the back it says Cat Toy again. And below that, this toy is not suitable for children. Oh, dogs. Because it's the Cat Toy. Das hätte sie doch auch mal zuschreiben sollen. Das hätten sie machen sollen, ja. Aber der Rest steht da, wirklich so. Hey, guck mal. Look at him. Look at him. Der ist voll wütend. Da-da-da-da-da. Look. Es ist unwichtig. Es ist ein Kampf-Areal. Let's fight that shit. Enter... Nee. Hammer! Und, 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 und. Dicker. Und. Oh. Oh, 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 oh. Fick, toi! Oh. Schlecks. Es soll nicht so funktionieren, wie es sein sollte. Tja, mein Freund, das passiert, wenn du in den Welt fluchst. Nein, das tut es nicht. Wenn ich, wenn ich im Internet fluche, sollte ich belohnt werden. Oh, nein. Au. Okay, jetzt, lass mal wieder wie ein Pro spielen. Ha. Au. Okay, das war uns jetzt. Moment, wieder. Heißt, dass du erst mal wie ein Pro gespielt? Ja. Vielleicht. Oder teilt du, Rainer. Slash, Rainer. Ich bleib bei Rainer. das ist so so spielt man wie ein Pro ich habe fast die maximale Anzahl von Rubinen was solltet ihr irgendwann mal ausgeben ach quatsch was habt ihr jetzt in diese Kampfer oder? hm? die Singles Insel müsste eigentlich bald kommen ne? dann wäre ich mal gut und gerne 3000 Euro Bühne los Spoiler! ah komm jetzt hätt mal jemand den Spoilern hierbei gespart echt mal ok dann schmeiß ich noch einen in die Runde am Ende kommt der Abspann musstest du das jetzt verraten? ja mein Lieblings Spoiler du lernst doch echt nicht dazu er funktioniert fast überall nur bei Okami nicht auf der Wii stimmt da funktioniert das nicht Entschuldigung jetzt hab ich den Plot ich wollte grad sagen Spoiler am Ende kommt nicht der Abspann ja scheiße was ja ähm Feuer mit Feuer bekämpfen ne Leute? ruhig einmal auf Eis stehe mit Feuer r 불 hämmer Zeit Oh, oh, oh no. Don't karate me. I've got a hammer. Ow. I am too cute to die. Where have I worked that before? I don't know what I've ever said. You know, baby panda? Oh, he is too cute to die. I like the hammer. The hammer is... A hammer! The obvious statement is obvious. Yeah, I know. Give me a good one. I have a good one. But you make the whole thing kaputt, you. Yes! Hey, guck mal. Ich hab die letzte Tri-Iros gerade gefunden. Naja, das passiert, wenn man nicht jede Insel abgrast. Verstehst du? Abgrast! Wie in Mähn! Ich möchte darauf hinweisen, dieser Typ hat mich vor zwei Episoden für jedes Wortspiel... Naja... Hey, ich hab alle Drive-House-Karten gefunden. Er ist nicht ein Glühstrom. Dann will ich mit Glühstrom. Ich trink nicht mehr Alkohol. That's why you're wrong. I know I'm not drinking Alkohols is sin. I'm not drinking Alkohol. I'm not drinking Alkohol. I'm not drinking Alkohol. Klappe! Fresse, König! Du hörst jetzt alle Karten! Nein, hat er nicht gesagt. Hat er gesagt? Ich glaub ich hab einfach nur aus Versehen mit ihm geredet. So... Master, you have now all the map pieces. You should now go decipher them at the strange guy in the green tuning. Gleich immer mit der Ruhe. Master... Ich hab gesagt Ruhe! Master, you have used a song. Now you can change the wind direction. There is a 90% chance that it will happen, if you say so. Do you know what I think? ...when I look at the tone direction of the camera... I think the video can't get any tone. Also, from the game. What? The TV is too slow. We can change the ... Now you just play only on the smaller... Stärkern ja, dass der Fernseher normalerweise scheiße laut ist diese kleinste Stärke sagt er nicht viel so wie du sagen würdest, der 3D ist auf maximal lautstärke, ist auch die Möglichkeit weißt du, wenn ich das mal ausprobieren möchte, musst du aufhören zu quatschen jetzt kriegt er was aber ich quatsche wenn ich will, bäh ja hast du mal Zeit für den Gespräch jetzt, ne? ja, hab ich du gehst mir auf den Atmen oh pretty chill, dude dude, chill Mann, wo kommt plötzlich der Regen, ich weiß gar nicht mehr wo was ist oh ja, der kaccere gar nichts mehr scheiße, ist das dunkel du 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 rup sam, hast du dich jemals gefragt, was der dragonkönig so macht wenn Link gerade unterwegs ist? Das ist doch klar, ich spiele Link to the Pass auf seinem Gamebot Was machen wir so ein bisschen? Hhhhhhhhhhhhhh Look at them, he's so cute Kannst du dich mal entscheiden, welche Musik du grad spielen möchtest? Eine nur, ist auf alle gleichzeitig? Okay. Scheiße, du gehst ja schon wieder zurück. Ich wollte gerade spüren. Ich bin gerade nicht zum Speichern gekommen. Pech gehabt. Ich bin deine scheiß Fresse aus meinem Gesicht. Du siehst scheiße aus. Wow. Du siehst scheiße aus. Du siehst scheiße aus. Ja, toll. Jetzt komme ich zurück. Du siehst schon wieder. Du siehst schon wieder. Auf. Arschloch. Close call. Ich fahle nicht. Ich fahle nicht. Sorry, du startest diese Video-Serie. Krater ist die einzige Haupttrieb. Dammit. Da ist der Fisch. Das ist die einzige Karte, die mir fehlt. Da ist der Fisch. Weißt du im Prinzip, da das Video-Material verloren gegangen ist. Was eigentlich witzig ist, dass wir das Video nicht so möglich als offiziellen Let's Play betitelt haben, aber trotzdem dann offenbar das Let's Play Fuchs wurde. Du wirst uns dadurch nicht beirren lassen. Du wirst uns dadurch nicht beirren lassen. Es war temporär weg, aber jetzt sind wir back in action. Ich habe noch Zeit für K. Ja, aber dann noch muss ich aufhören. Du fährst mich. Du fährst mich. Jetzt fährst mich. Und jetzt sprichst du mit mir. Ach, meine Karte. Ich fühle mich. Echt? Nein. Wenn du mehr als... Ich habe ein Fisch in da. Okay. Also in der nächsten Folge. Das Ein-Augen-Griff. Ganz viele Kanonen kaputt machen. See ya. See ya, dann.